Hallo, wir sind zurück mit Darkseiders 3. Hola. Wir sind zum Riss, also nein, wir sind zur Kirche gereist. Suki wird jetzt durch den Riss. Zum Lut. Nicht durch den Riss, zum Lut natürlich. Da müssen wir irgendwie hin. Und danach gehen wir durch den Riss. Auf der anderen Seite war das so ein Gerüst, oder nicht? Bloß nicht den Riss berühren. So. Nee, du musst durch die Kirche durch, auf der anderen Seite raus. Da ist ein Loch. Da haben wir doch die Glocke runtergeschmissen. Ich habe das voll vergessen. Suki hat alles vergessen einfach. Suki ist das Spiel gerade neu. Ja, ich spiele es komplett neu. Oh, hier war hier nicht auch noch so ein Dings an der Wand? Nee, außen. Außen? Für die Kraftfähigkeit. Was soll der denn da? Hängt der da? Ja. Der soll da hängen. Das sieht ein bisschen aus, als würde der schweben. Er hängt so waagerecht. Ja, links. Links? Ja, da geht es auf das Gerüst so. Aber ganz links ist noch so ein Ding. Ganz links ist noch so ein Ding. Wenn wir jetzt schon mal wieder hier sind, kann man sich das aber angucken. Einsammeln lohnt sich. So. Fragmente brauchen wir nicht mehr spielen. Hast du es auch gerade gehört? Was? Als wenn so irgendwas an meinem Ohr vorbeigeflogen wäre. Da hält sie sich nicht fest. Dann gehen wir halt hier hoch. Darf ich jetzt? Komm ich hier irgendwo lang? Oder muss ich jetzt hier so rüberspringen? Ich glaube, du musst da rüberspringen. Haben wir das beim letzten Mal gar nicht gemacht? Hoffen wir nicht. Ne, haben wir nicht, weil ich hier noch der Lutl rumliegt. Oh. Oh, ein Artefakt sogar. Dann werden wir mitnehmen. Äh, okay, ich dachte gerade, da wäre Abgrund. Jetzt habe ich dich voll. Ich dachte gerade, du wärst einfach nur ins Blaue gesprungen. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so, ohne dass irgendwer was sagt, geht er hin oder so. Boah, da hat er bis jetzt sonst nie irgendwer irgendwas gesagt, ne? Ja. Wir können ja mal gucken. Ja. Vielleicht ist ja Hochmut schon. Ja. Also, vielleicht sind wir schon bei der letzten Sünde, meine ich. Ja. Aber es ist, der Kompass sagt was anderes. Hm. Okay. Aber die Tür geht auf. Okay. Doch, die letzte Sünde. Selbstvertrauen steht dir. Wenn es verdient ist, schon. Du besitzt Stolz. Ich habe noch nie begriffen, wieso Stolz eine Todsünde sein soll. Die Macht, die du nach Abschluss einer mühsamen Aufgabe verspürst. Verleiht dir das nicht neue Kräfte? Du hast großes Potenzial bewiesen. Du hast großes Potenzial bewiesen. Herausragendes geleistet. Hast du dir dafür nicht etwas verdient? Mag sein, aber nicht von dir. Bevor du einen tragischen Fehler begehst, möchte ich dir ein Angebot machen. Du hast die Welt gesehen. Ihren Zustand. Dir ist sicherlich klar, dass dich irgendwer irgendwo belogen hat. Es gibt keinen Plan. Es gibt kein Gleichgewicht. Es sind alles Lügen. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, du und ich machten uns wirklich daran, der Welt eine Richtung zu geben. Eine Ordnung. Ist das nicht deine wahre Bestimmung? Wir könnten die Macht des Gleichgewichts sein, die die Welt verdient hat. Wir könnten Großartiges bewirken. Es gab eine Zeit, da hätten mich diese Worte überzeugt. Doch damals wusste ich noch nicht, wie hässlich Hochmut sein kann. Danke für dein großzügiges Angebot. Doch wenn jemand diese Welt in Ordnung bringen muss, werden das weder du noch ich sein. Oh nein. Spürst du, wie dein Stolz zerbrackelt? Ich spüre es. Dein Ohr ist nah. Ich mag keinen Schaden. Hammer. Vielleicht auch nur mit Ausweichen. Nur mit Magieschaden vielleicht. Okay. Oh, zu viel rausgerufen. Auch nicht. Die hat so eine Bubble. Nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Das ist ja eigentlich schon richtig, ne? Ah, wir müssen das Ding einfach nur zerwäschen. Wahrscheinlich mit dem Hammer kaputt. Oh. Hässliches kleines Ding. Wieso versuchst du es überhaupt? Neu Bubble. Ja. Du bist nicht würdig, mich zu berühren, abscheuliches Ding. Ich weiß gerade nicht genau, was ich getroffen habe eben. Ne, einfach nur sie beziehungsweise ihren Schild. Den schwächst du damit wahrscheinlich nach und nach. Kannst du dich aber auf den Kampf konzentrieren. Ah, ja. Ich gucke auf Leben. Das geht. Da musst du mit der Peitsche. Da musst du mit der Peitsche. Die macht deutlich mehr Dämmung. Ja. Heile ich mal. Unterbrechen kann man das, glaube ich, nicht, ne? Nein, da gehe ich nicht von aus. Das wäre jetzt mein. Da musst du dann schon mit dem Hammer, glaube ich, oder? Ne. Ach gut, dann ist das ja easy. Nichts, das du in deinem elenden Leben erreichst, kann mit dem mithalten, was ich erschaffen habe. Für wen hältst du dich, dass du mich übertragen hast? Ich schieße schon, Luffy. Oh Gott. Kannst du aber auch, Tani, einfach du hast den. Und sie schießt Bubble. Ich konnte gerade, ach so, ich bin nach vorne gebrochen. Kann ich den kaputt machen? Nein. Komm ich gerade raus. Heilung. Wo ist sie? Auf gerade. Wobei ich noch nicht mal sicher bin, ob das von sie oder ein er ist. Spürst du, wie dein Stolz zerbrackelt? Mal weg. Ich spüre es. Heilig, Mann. Errungenschaft, freigeschaltet. Ego-Manin. Hast du mit dem Fürsten des Abgrunds gesprochen? Er wusste es. Auch er war stolz. Erzähl mir vom Rat. Deine sogenannten Meister sind vom Stolz befallen. Sie dienen keinem Gleichgewicht. Wer, glaubst du, hat die Sieben aus unserem Gefängnis gelassen? Welchen Zweck dienen wir, wenn es keine Menschen gibt, die wir verderben können? Sag, dass dies nicht wie die Wahrheit klingt. Du kannst nicht abstreiten, dass auch du noch Stolz verspürst. Oder? Genug der Bauchpinselei. Erzähl mir alles. Du weißt bereits alles, Herren. Die Ironie ist, dass dein Feind ausnahmsweise recht hat. Du solltest Stolz empfinden, aber nein. Du verspürst nur Angst. Angst der wahren Größe so nahe gekommen und dann gestört zu sein. Sie. Dein Rat betrügt dich. Beobachterin? Immer so hübsch. Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Schwester. Nein. Nein. Das ist nicht tot. Die Maske sieht so aus wie von ihm. Ja. Tot sieht schicker aus. Es hat alles gestimmt. Ich beneide diese Ignoranz. Ein großes Glück, oder? Weißt du, worum ich dich noch beneide? Deine Macht. Und dank unserer gemeinsamen Wuhltäter gehört diese Macht mir! Hochmut hatte recht. Der feurige Rat hat dich reingelegt. Sie wollen unser aller Tod. Den der sieben Sünden und der Reiter. Nein! Aber ich? Ich wusste es besser. Eifersucht wittert! Eifersucht! Ich nahm die Gestalt eines vertrauten Dieners an. Und du, Reiter, wurdest mein Schwert und mein Schild. Jetzt, da die anderen Sünden beseitigt sind, werde ich den feurigen Rat ein für allemal ausschalten. Erst dann wird die Erde endlich mir gehören. Wo ist das jetzt plötzlich so leise? Ich weiß es nicht. Okay. Auch Frauen schnarchen. Na, du warst offenbar fleißig. Keine Ahnung, womit. Außer dich ordentlich vermöbeln zu lassen. Wer bist du, Mensch, dass du so mit mir redest? Ach, ich bin auch großer Flüchtling. Wie du. Aber ich bin nicht stark genug, das Gleichgewicht zu schützen. Das ist deine Aufgabe. Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Tja, vielleicht begreifst du jetzt endlich, wie die Menschen sich fühlen. In einen Krieg hineingezogen, den sie nie wollten. Sich selbst überlassen gegenüber Mächten, die sie unmöglich begreifen oder bekämpfen können. Die ganze Menschheit wurde betrogen. Und doch kämpft sie weiter. Was ist mit dir? Ich bin vom Weg abgekommen. Ich war neidisch. Ich war zornig. Ich war faul. Und noch Schlimmeres. Alles, was die sieben Sünden verkörpern. Und ich habe dafür teuer bezahlt. Anders ausgedrückt. Du hast gelebt. Ja. Sehr gut. Endlich bist du lebendig. Und wo Leben ist, ist immer auch Hoffnung. Hoffnung? Mein Kampf mit Neid war demütigend. Jetzt gerade ist sie zweifellos auf dem Weg, den feurigen Rad zu zerschmettern. Und ich sitze auf der Erde fest. Wenn du also von Hoffnung sprichst, Mensch, kann ich dir nicht beipflichten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein. Haven ist auf Hoffnung, Herr Lord. Komm. Sprich mit Ultan. Du wirst schon sehen. Er hat endlich alle Steine weggekloppt. Ja. Ultan war fleißig. So, Speicherpunkt. Yay. Überraschend. Hätte ich so nicht mitgerechnet. Wir wollen zu ihm, ne? Komme ich hier irgendwo runter? Ja, wir wollen zu ihm. Hallo Ultan. Wieso haben sie mir geholfen? So sind Menschen eben. Und dass du so viele Überlebende zu uns geschickt hast, hat dir auch nicht geschadet. Alles umsonst. Wir haben dich nicht aus den Trümmern gezogen, damit du jetzt aufgibst. Neid besitzt die Macht der Sieben. Der Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Dem Tod überlassen wie nutzloser Abfall. Doch es ist noch nicht vorbei. Ein Spiegelteil? Ja, mit ein paar Anpassungen. Aber er ist nur für dich. Er führt nur dich zum Wunsch deines Herzens. Ich wünsche mir nur zu beenden, was der Rat begonnen hat. Finde deine Entschlossenheit, Reiter. Nur sie bleibt dir noch. Und du brauchst sie, wenn du Neid aufhalten und deine ehemaligen Meister stürzen willst. Müssen wir da jetzt rein? Ja, aber vielleicht nicht mehr in der Folge. Vielleicht machen wir einfach Frühjahrschluss. Ja. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Machen wir da nichts mit an, ne? Ja, Serien haben wir keine. Sonst würde ich sagen, wir kaufen noch schnell eine Heilung. Haben wir nicht. Ja, haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr rein. Nö. Dann machen wir ein bisschen Frühjahrschluss heute. Entschuldigung. Wir haben auch schon überzogen, es gleicht sich alles aus. So sieht es aus. Beim nächsten Mal geht es weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.